Diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 28 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 535 Euro pro Monat. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Hier sind 2. 30 Quadratmeter. Das ist ein Strecke Ciefer. Hier ist ein Strecke Ciefer. Hier ist ein Strecke Ciefer.